Hallo Freunde des Laufsports und an alle die, die es noch werden und noch nicht wissen, ich möchte euch einladen zum Laufen. Klar, am Strand, da komme ich sofort. Ist ja auch echt cool running. Stimmt, aber noch viel besser als am Strand ist es in der Laufgruppe der MWG Runners. Warum? Ganz klar, weil bei uns geht es nicht um Leistung. Bei uns geht es darum, um Spaß zu haben und eine tolle Gemeinschaft zu erleben. Und wir laufen sogar dreimal die Woche, also genug Termine für jeden von euch da mal vorbeizuschauen. Alle Informationen erhaltet ihr an der Infothek. Da gibt es einen Flyer mit unserer Website, da könnt ihr ein paar Bilder angucken. Ja und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, um euch einzuladen. Ich freue mich auf euch, es kostet euch nichts. Allerhöchstens ein bisschen Schweiß und ich laufe jetzt noch eine Runde. Bis dann. Ich freue mich auf euch. Ciao.